Wir haben uns viel vorgenommen, wollten hier unbedingt gewinnen zum Saisonabschluss. Mit einem richtig gutem Gefühl in die Winterpause gehen. Genauso mit diesem Elan haben wir auch dieses Spiel begonnen. Wir waren sofort drinnen im Spiel. Wie es mein Trainerkollege auch sagt, sehr, sehr gute Kontersituationen vorgefunden. Wir haben das 1-0 gemacht, aber mit der ersten Halbzeit wirklich zufrieden. In der zweiten Halbzeit auch, mit der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit, denke ich, waren wir auch noch gut im Spiel. Die eine oder andere Situation, wo Moni oder Patrick Wimmer dann zum Abschluss kommen, müssen wir das 2-0 machen. Zum Schluss hin, dann mit dem Ausgleich, war dann WRC drückend. Und am Ende kommt ein leistungsgerechtes Unentschieden raus. Das Gleiche, ich auch sagen muss, dass wir diese Situation beim Tor von Mike Madl, denke ich, wiederum, die schon so oft in dieser Herbstsaison nicht vom Schiedsrichter gekriegt, verfolgt haben. Wir haben heute schon gegen einen sehr, sehr guten Gegner, die ja bekannt sehr enorm laufstark sind. Die einfach dann auch von der Qualität, vom Positionsspiel und von der läuferischen Stärke dann über uns zustellen waren. In der letzten halben Stunde, trotzdem in über 60 Minuten haben wir das sehr gut gemacht. In dieser Phase müssen wir das 2-0 machen. Die Chancen waren da und das wäre sicher der Schlüssel zum Sieg heute gewesen. Er hat überhaupt keine Nervosität bei ihm gemerkt. Mit seiner Schnelligkeit haben wir, vor allem mit Manny Zakaria, Fizzi und wie immer, vor allem in der ersten Halbzeit den WRC schon vor großen Problemen gestellt, die sich dann auch immer diese Konterattacken nur mit Foul stoppen konnten. Es ist schade, dass wir dann die zweite Halbzeit nicht nachsetzen konnten. Aber er hat sein Debüt richtig gut gemacht. Vielleicht hat das Tor gefehlt. Da hat er ja eineinhalb gute Möglichkeiten gehabt in der zweiten Halbzeit. Wenn wir beim Rechnen sind, rechnerisch ist es noch möglich. Aber definitiv brauchen wir in diesen Ausständen vier Spielen jetzt ein Wunder, auch wenn das klauen wir.